Musik Also mein Name ist Joachim, bin 54 Jahre alt, komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und bin seit August jetzt wieder hier in Hannover und verkaufe die Soziale Straßenzeitung Asphalt. Wie ist es dazu gekommen, dass du wieder zurück nach Hannover gekommen bist? Bin oder war die ganze Zeit obdachlos und bin so quer durch Deutschland gereist, mal hier, mal da. Und ja, war früher schon mal hier in Hannover und habe auch Asphalt schon verkauft. Ja, und bin hier wieder nach Hannover zurück und verkaufe hier wieder die Asphaltzeitung. Also verdienst du dein Geld von Asphalt oder gibt es noch andere Wege? Ja, ich kriege auch vom Jobcenter mein Geld und ja, da wird ja auch die Miete mitbezahlt von und Krankenversicherung. Und ja, Asphalt ist nur so, dass ich so ein bisschen nebenbei, die Zeitung kostet 2,20 Euro und ich verdiene immer 1,10 Euro pro Zeitung. Und wie sieht so ein Tagesablauf von dir aus? Ja, ich fange morgens um 10 Uhr an und mache bis abends 18, 19 Uhr. Und dann verkaufst du nur die Zeitung Asphalt oder? Ja. Und was ist dein wichtigstes Intensil, währenddessen du obdachlos bist? Oder was ist so das, wo du sagst, das brauche ich zum Überleben? Was brauche ich zum Überleben? Ja, ich würde sagen, ich mache ja Asphalt nicht nur wegen des Geldes her, sondern auch so als Tagesstruktur, dass ich was zu tun habe. Und zum Überleben, ja, ich kriege ja mal ein Hartz IV, also es ist nicht so, dass ich jetzt nichts zu essen habe oder wie auch immer. Ist es für dich einfach, Kontakte zu knüpfen oder auch Freundschaften zu finden? Ja, ich habe schon ein paar Freunde hier in Hannover gefunden, auch bei Asphalt und ja. Sehr schön. Und was machst du zum Beispiel, wenn du krank wirst? Du hast jetzt die Krankenversicherung angesprochen. Wie sieht es da aus? Gibt es da Punkte? Die Beiträge, weil ich ja vom Jobcenter Geld bekomme, werden die Beiträge vom Jobcenter an die Krankenkasse übernommen. Welche Gefahren hast du in der Zeit, wo du obdachlos bist, schon erlebt oder was war so die gefährlichste Situation, die dir zugestoßen ist? Ja, weil ich war die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs und bin in der Zeit, wo ich jetzt hier in Hannover bin, schon dreimal beklaut worden. Erst mein Fahrradanhänger, da hatte ich mein ganzes Zeug drin. Dann wurden mir am Bahnhof meine Satteltaschen leergeräumt. Gott sei Dank waren die Satteltaschen abgeschlossen, nur der Inhalt. Da waren nur meine Anziehsachen drin, was man für den täglichen Gebrauch braucht. Ja, und zum guten Schluss wurde mir am Kröpke noch mein Fahrrad geklaut. Oh, das ist sehr schade. Und wie sorgst du da für Ersatz? Also gibt es da Möglichkeiten, da was zu bekommen? Ich habe schon wieder ein neues Fahrrad. Hat mir zwar 70 Euro gekostet, über ewig Kleinanzeigen, aber 70 Euro ist für mich natürlich viel Geld gewesen. Ja, 70 Euro sind immerhin 70 Euro. Und was macht dir am meisten Angst? Ist es das Beklauen oder ist es, dass du nicht mehr aus der Situation rauskommst? Oder was macht dir am meisten Angst, auch vielleicht auf deinen Alltag bezogen? Ich würde nicht sagen, so richtig Angst. Ich finde es einfach traurig, dass man, da ist ja offensichtlich gewesen, dass es ein Obdachloser gewesen ist. Weil da war ein Isermatze, Schlafsack und alles Mögliche in dem Hänger drin. Und ich finde es einfach traurig, dass man einen Obdachlosen noch beklauen tut. Das stimmt. Gerade wenn man auch weiß, wie du dir vielleicht dein Geld verdienst oder dass die Leute wissen, dass du eben nicht so viel an Geld besitzt wie eben andere. Das ist wirklich sehr schade. Und was vermisst du am meisten? Also vielleicht auch in Bezug auf dein früheres Leben. Was vermisst du am meisten, seitdem du obdachlos bist? Was vermisse ich am meisten? Eigentlich meine Familie. Deine Familie? Ja. Ich bin zwar im Kinderheim aufgewachsen, aber seitdem ich im Kinderheim gewesen bin, habe ich meine Geschwister seitdem nicht mehr gesehen. Das ist wirklich sehr schade für dich. Tut mir wirklich sehr, sehr leid an der Stelle. Wie ist das denn so? Könnte man sich denn eine Beziehung zum Beispiel auch auf der Straße vorstellen? Oder hat sich das eben durch die Obdachlosigkeit auseinandergelebt? Ich hatte, seitdem ich im Kinderheim gewesen bin, auch keinen Kontakt mehr zur Familie. Ja, und das ist schade. Aber vielleicht wissen die auch nicht mehr, wo ich mich gerade aufhalte oder wie auch immer. Und ja, mit acht oder neun Jahren war ich damals, bin ich ins Kinderheim gekommen, weil mein Vater Schwerstalkoholiker war. Und ja, da bin ich dann öfters von zu Hause abgehauen. Aber würdest du sagen, dass sich dein Leben dadurch verbessert hat? Oder glaubst du, dass es, wenn du nicht ins Kinderheim gekommen wärst, ganz anders verlaufen wäre? Es wäre vielleicht anders verlaufen, wenn ich im Kinderheim seit meinem 18. Geburtstag, dann habe ich zu dem Heimleiter morgens gesagt, jetzt bin ich 18, jetzt kann ich tun und lassen, was ich möchte. Ja, und er hat zwar zu mir gesagt, Achim, bleib hier, wir helfen dir weiter mit Wohngruppen, mit Ausbildung und so weiter und so fort. Aber mein Dickkopf damals, 18 Jahre, jetzt kannst du tun und lassen, was du willst. Ja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Was tust du dafür, um aus dieser Situation rauszukommen? Du hast jetzt schon Asphalt angesprochen, um damit dein Geld zu verdienen. Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, die du vielleicht auch schon probiert hast, um vielleicht schon früher aus dieser Situation wieder zu entkommen? Ich habe es noch nie so richtig versucht. Ich bin nicht ehrlich, weil ich bin nicht nur in einer Stadt gewesen, sondern so, wie man auf Deutsch sagt, auf Durchreise. Also, bist du da mal drei Tage, hier mal drei Tage. Wenn man so auf Durchreise ist, kriegt man ja auch Geld vom Jobcenter. Aber für die Leute, die auf Durchreise sind, gibt es dann immer nur drei Tage im Monat. Und nach den drei Tagen musst du wieder weiterreisen. Oder machst du es natürlich sesshaft, machst du mit Postadresse, aber wenn man auf Durchreise bleiben möchte, dann kriegst du in manchen Städten nur diese drei Tagessätze im Monat in einer Stadt. Was hindert dich denn vielleicht auch an der Suche nach einem Job oder nach etwas, wo du wirklich sagst, damit kann ich mein Geld verdienen, um auch wieder aus dieser Situation vielleicht rauszukommen? Ist es die Angst vielleicht vorm Scheitern oder vor einer Absage? Ich bin jetzt hier in Hannover und habe jetzt auch schon mal eine Unterkunft mitbekommen hier in Hannover. Und da würde ich mal weiterschauen, wie es weitergeht mit Arbeit und mal eine richtige Wohnung. Und auf die Unterkunft kannst du dich verlassen, dass du da auch wirklich nächtigen kannst? Ja, ich habe da mein Einzelzimmer. Ich bin in so einer Dreier-WG, ist das da oben, da wo ich wohne. Wir haben Gemeinschaftsküche, Gemeinschafts-Badezimmer, aber jeder hat sein einziges Zimmer, was man abschließen kann. Ja, das ist ja auch wichtig für die Sicherheit. Fühlst du dich wohl? Fühl mich wohl, ja. Fühlst du dich wohl? Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre dein Wunsch? Eine richtige eigene Wohnung mit meiner eigenen vier Wände. Mit deinen eigenen vier Wänden. Und du hast jetzt angesprochen, dass du schon bemüht bist. Also glaubst du, dass du auf dem richtigen Weg bist, um das auch zu erreichen? Ich bin auf dem richtigen Weg, weil wir haben bei Asphalt eine Sozialarbeiterin, die mich viel unterstützen. Nicht nur die Sozialarbeiterin, sondern das ganze Asphalt-Team. Sind diese Leute in deinem Leben sehr wichtig, dass du auf Spur bleibst? Die sind mir bei Asphalt auf jeden Fall sehr wichtig. Also glaubst du, ist es wichtig, dass es solche Menschen gibt und Unterstützung, gerade für Menschen wie dich, sehr wichtig ist, um eben auch weiterzukommen im Leben? Ja, auf jeden Fall. Und was sind so deine Pläne für die Zukunft? Hast du vor, in Hannover zu bleiben oder wieder weiter rumzureisen? Nein, mein Ziel ist, hier in Hannover zu bleiben und hier in Hannover auch eine Arbeit zu suchen. Und der erste Weg ist erstmal natürlich die eigene Wohnung. Und von der eigenen Wohnung aus dann irgendwann mal auf den ersten Arbeitsmarkt wieder eine Arbeit zu kriegen. Was könntest du dir da so vorstellen? In welche Richtung könnte es für dich gehen? Ich habe früher mal so aus Lager-Spedition gearbeitet. Ja, da wird es in Hannover bestimmt genug Möglichkeiten sein, wo du dich drum kümmern kannst. Und dann wünschen wir dir auf deinem Weg auf jeden Fall ganz viel Glück. Vielen Dank.